Prinz William rebellierte, als Cate Middleton sagte, sie sei zum vierten Mal schwanger. Prinz William scherzte, er wolle mit seiner Frau Cate während ihrer letzten königlichen Verlobung keine weiteren Kinder mehr, nachdem sie ein kleines Mädchen wiegen wollte. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge besuchten die Wohltätigkeitsorganisation Church on the Street in Burnley, England, als das Paar die Empfangsdamen Trudy und Alistair Berry und ihre Tochter Anastasia traf. Sie posierten für Fotos mit dem Paar und ihrem Baby, und die Zuschauer konnten nicht anders, als AWWW zurufen, als Cate den Jungen hielt. Aber damit machte Prinz William trotz ihrer märchenhaften Liebesgeschichte seine Gefühle über den Gedanken an mehr Kinder deutlich. William, der bereits Vater von Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3, ist, scherzte, gibt meiner Frau keine Ideen mehr und dies wurde mit Schallendem Gelächter beantwortet. Der Herzog fuhr dann vor zu sagen, keine, Kinder, mehr. Und als Cate das Baby wieder willig an ihre Mutter zurückgab, fügte William hinzu, du kannst sie nicht mitnehmen. Aber Cates Gesicht strahlte vor Freude, als sie mit den Eltern des Babys plauderte. Und sie können den entzückenden Moment und den Humor sehen, als Prinz William Cate Middleton sagt, keine Kinder mehr, während sie das Baby im Videoclip unten kuschelt. Es versteht sich, dass die Cambridges davor gewarnt wurden, ein weiteres Kind zu bekommen, bevor sie verkündeten, dass Cate mit ihrem dritten, Louis, schwanger war. Während einer Tournee durch Polen und Deutschland im Sommer 2017 erhielt Cate berichten zufolge in Warschau ein Babyspielzeug. Da George und Charlotte damals vier und zwei Jahre alt waren, soll sie zu William gesagt haben, wir müssen einfach mehr Babys haben. Aber kurz darauf forderte die Kinderorganisation Having Kids, die ein nachhaltiges und kindzentriertes Familienplanungsmodell fördert, den Herzog und die Herzogin auf, die Erweiterung ihrer Familie zu überdenken. In einem offenen Brief schrieb Executive Director President Anne-Green Carter Dillard, dass das Beispiel der britischen Königsfamilie äußerst einflussreich ist, und fuhr fort, ihre Diskussion über eine größere Familie wirft zwingende Fragen der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit auf. Große Familien sind nicht nachhaltig. Sie fügte hinzu, dass George und Charlotte zwar mit Sicherheit ein wunderbares Leben haben werden. Das gleiche kann jedoch nicht von jedem zukünftigen Kind gesagt werden. Während einer Reise nach Nordirland im Jahr 2020 rief jemand Cate zu, Nummer 4? Sie antwortete, ich glaube, William wäre ein bisschen besorgt. Die Cambridges verliebten sich während ihrer letzten Reise auch in einen Kokapu-Therapie-Welpen. Wen hat ihrer Meinung nach Alfie, der Therapiehund, bevorzugt? Schrieb ihr offizieller Twitter-Account des Kensington Palace am Donnerstag, den 20. Januar, zusammen mit Schnappschüssen des Herzogs von Cambridge, 39, und der Herzogin von Cambridge, 40, die abwechselnd das Hündchen hielten. Cate und William hießen letztes Jahr einen neuen Welpen in ihrem Haus willkommen, nachdem ihr geliebter Hund Lupo gestorben war. Während ihres Krankenhausbesuchs im Clitero-Community-Hospital wird der Welpe, der Williams Wange gelegt hat, zusammen mit dem Therapiehund Jasper darauf trainiert, Patienten und Kollegen des Inhasestras der istlänkische Hospitals zu unterstützen. Cate beschrieb den Welpen als so süß, fügte aber nach dem Kuscheln hinzu, unser Hund wird sehr verärgert sein. Die Royal-Expertin Katie Nickel sagte, Cate habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie gerne ein viertes Kind haben würde, während William mit drei zufrieden gewesen sei. Die Cambridges werden wahrscheinlich eine fünfköpfige Familie bleiben. Während eines kürzlichen königlichen Ausflugstreffens mit Gemeindeverstehern in Bradford wurden Prinz William und Catherine nach der Möglichkeit gefragt, ein weiteres Kind zu bekommen. Laut People sagte Cate einfach, ich glaube nicht, dass William mehr will. Und es könnte das Beste sein, da Cate während aller drei ihrer Schwangerschaften an faulen Schwangerschaften mit Hypomersis Gravidarum, einer schweren Form der morgendlichen Übelkeit, litt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017